Ich heiße Britele, ich bin ursprünglich Norwegerin, aber wohne jetzt schon 30 Jahre hier auf diesem Betrieb. Ich habe den Nachthut mitbeziehen. Ich bin in Norwegen studiert und ich übersehe mich sehr für vorbeugende Medizin. Und hier kann man ein Kuss in den Sink und hier kann man ein Kaltesarm-Bad. Du kannst auch ein Kaltesarm-Bad für deine Arme, du kannst auch deine Gesichter und es ist gut für deine Gesichter. Do you feel a tingling, Julio? It's really cool. 6 bis 30. 6 bis 30. 7 bis 30. 8 bis 30. 8 bis 30. 7 bis 30. 7 bis 30. 8 bis 31. We just saw an amazing herbs garden and it's really really cool because it's something that is not very complicated to make but you just need to know how to do it and you can do it in your own space and enjoy health and nature and build your own walk and it can be really really nice for you to know.